Hallo Leute, hier ist wieder Pummelow und wir spielen wieder eine Runde Fall Guys. Als Zuschauer ist Pikachu mit dabei. Doch ist er. Und ja, ich gucke mal, ob ich es heute auf Anhieb ins Finale schaffe. Oder ob ich wieder zwei Anläufe brauche. Heute spielen wir mal als ein Milkshake. Ein blauer Milkshake. Ja, keine Ahnung, was wir für eine Art von Milkshake sind. Auf jeden Fall sind wir blau. Womit geht's denn los? Ah, Hindernis rennen. Okay. Ja, das ist eigentlich ein ganz angenehmer Start. Ach, passt ja. Hinter uns ist eine Pommes. Na, ich fahr wieder runter. War klar. Es sind zu viele gewesen. Oh, jetzt hat uns der Ball umgehauen. Und nochmal und... Nein, 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 nein. Ach, das war knapp. Ich wollte nicht gleich schon am Anfang rausfliegen. Ach, geschafft. Knapp, aber geschafft. Knapp, aber geschafft. So, was kommt denn als zweites dran? Rollfeld. Wie viele Rollen haben wir denn? Drei oder fünf? Ich hoffe, fünf, weil fünf ist eigentlich relativ einfach. Und ohne Früchte. Mit Früchte ist Kacke. Aber wie es so aussieht, ohne Früchte. Also es werden keine Früchte auf uns geschossen. Dann dürfte das eigentlich zu schaffen sein. Ah, doch, es werden doch Früchte geschossen. Ich hab mich zu früh gefreut. So, Arsch, schon weg hier. Ne, da trau ich mich nicht drüber zu springen. Ich gehe lieber hier hin. Ich muss nur noch fünf rausfliegen, dann haben wir es schon geschafft. Oh, nur noch einer. Und geschafft. Ich weiß nicht, ob man das hört, äh, bei uns hier in der Gegend fährt gerade ja ein Krankenwagen hin und her. Also falls man das hören sollte. So, Frostspritze, ja. Frostspitze spielen wir jetzt. Fünfzigen kommen weiter, okay. Wird knapp wahrscheinlich. Ja, ist klar, dass mich wieder der Schneeball trifft. Immer. Irgendwie immer. Ja, komm rüber, rüber. Nein. Toll, jetzt blockiert dieser blöde Schneeball auch noch. Ja, ich glaube, wenn es so weitergeht, äh, kommen wir nicht weiter. Oh, ich glaube es nicht. Wir sind tatsächlich weiter. Und das, obwohl ich eigentlich so verkackt habe am Stoff. Okay, Teamspiel, rock'n'roll. Hoffentlich haben wir ein gutes Team. Hier sind Team Blau. Auf geht's. Na kommt, Leute, wir müssen alle mitschieben. Sonst wird das nix. Das ist jetzt liegen wir hinten, das ist nicht so schön. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Nein, werden wir nicht. Ähm, ja, womit mein Vorhaben gescheitert ist, auf Anhieb ins Finale zu kommen. Dabei hätte ich es fast geschafft. Naja, was bedeutet das? Das bedeutet, ich muss nochmal eine Runde starten. Weil mein Ziel ist es ja, in jedem Video mit bis einmal ins Finale zu kommen. Ja, immerhin war die Ladezeit jetzt nicht so lang. Schwillende Höhlen. Das beherrsche ich ja eigentlich ganz gut. Es ist ja, in jedem Video mit Ihnen. So, gehen wir wieder rechts lang, wo ein bisschen weniger los ist. Äh... Nein! Doch, hab da noch drauf geschaut. Und weiter. Ach wie süß, einen Feen einheilen. Das Kostüm habe ich auch, das werde ich vielleicht im nächsten Video tragen. Mal schauen. Worauf ich nächstes Mal Lust habe, auf eigenes Kostüm. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Oh ne, die Wippen. Die Map mag ich nicht so sehr. Ja, das heißt, wenn ich relativ weit vorne bin, geht's, weil dann die Wippen alle noch waagerecht sind, dann muss ich dann nicht so lange warten. Oh, nein, ich will nicht runterfallen. Oh, nein, ich will nicht. Na, los. Und jetzt. Okay, das letzte Stückchen nur noch, dann haben wir's geschafft. Oh, nein. Oh, nein. Baita! Untertitelung. BR 2018 Ach, wieder Rock'n'Roll. Ich hoffe, wir haben diesmal ein besseres Team. Ja, bei der letzten Runde, ich weiß nicht, kamen sie mir irgendwie alle so unmotiviert vor. Aber es sind schon mal mehr Spieler, glaube ich. Das könnte schon auch ein Vorteil sein. Okay. 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 кровать. Okay. Oh, ich muss bei den Booten hier aufhalten. Na, Gott sei Dank sind wir diesmal weiter. Na, wieder Frostspitze. Erstmal kommen nur zwölf weiter. So, ich will jetzt gleich hier einmal nach rechts gehen. Das finde ich wirklich einfacher hier, das Stückchen. Und natürlich werde ich wieder vom Schneeball überfahren. Und ein zweites Mal. Oh, das wird gut. Oh, scheiße. Oh, ich will auch ins Ziel. Ja, ja. Ach, Gott sei Dank. Ich glaube, damit sind wir im Finale. Vielleicht. Mal gucken. Weil zwölf kann sein, dass da noch was anderes vorher kommt. Ja, Finale. Also, das Ziel hätten wir schon mal erreicht. Wäre schön, wenn wir jetzt noch gewinnen würden, aber wir wollen auch nicht zu viel verlangen. So, mal so drehen, dass ich auch was sehen kann. Oh, ich hasse das, wenn Mitspieler einen festhalten. Also, ich meine, bei Teamspielen ist es ja okay, aber nicht bei so Einzelkämpfen, da finde ich das schon ziemlich gemein. Der Vorteil ist, ich bin jetzt hier alleine, also, äh, da muss ich nur noch hoffen, dass meine eine Blatt vor mir stehen bleibt. Ach, es war so klar. Und natürlich schaffe ich es nicht darüber. Naja, Leute, ich habe es ins Finale geschafft, also, ich habe mein Versprechen gehalten. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Ähm, wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen und über ein Abo. Pikachu natürlich auch, würde sich auch freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.